Wer stirbt hier, ist gestorben. Wer stirbt, ist abgeworben. Wer hier stirbt, unverdorben, ist ohne Grund verstorben. Er ist gestorben, aber er wird unvergessen bleiben. Als einer der größten deutschen Schriftsteller. So anerkannt als Literat, so strittig blieb er für seine Streitbarkeit und sein Mahnen. Als Journalist und Freund begleitete ihn Ulrich Wickert mehr als 30 Jahre. Er ist ein Mensch gewesen, der zwar sehr harte Meinungen haben konnte, aber der meines Erachtens sehr auf das Menschliche achte, andere Menschen eigentlich auch sehr sorgfältig betrachtete und mit ihnen sehr human umging. Sein Durchbruch, ein Schrei. Die Blechtrommel. Später als Verfilmung Oscar prämiert. Ein furioser Auftakt. Ein Meilenstein der deutschen Literatur. Gras schrieb den Roman in Paris und wurde über Nacht ein Star. Er wollte gehört werden und kokettierte mit dem Überdruss am Erfolg. Als ich 32 Jahre alt war, wurde ich berühmt. Seitdem beherbergen wir den Ruhm als Untermieter. Er steht überall rum, ist lästig und nur mit Mühe zu umgehen. Der Einfluss der Blechtrommel auf Schriftsteller in aller Welt war enorm. Jemand wie Marquez hat gesagt, ich hätte meine Geschichten nicht erfinden können ohne die Blechtrommel. Salman Rush, für den gilt auch, dass er gesagt hat, erst durch die Blechtrommel, in der eben das Fantastische wieder erlaubt wird, hat ihn dazu geführt, seine Sachen zu schreiben. Danzig. Seine geliebte kaschubische Heimat lässt er in vielen seiner Werke wiederauferstehen. Hier ist er aufgewachsen. Sein Vater war Lebensmittelhändler. Von der Mutter kam sein künstlerisches Talent. Wenn er mal nicht schrieb, dann war das für ihn wunderbar, weil dann konnte er ins Atelier nebenan gehen und konnte da entweder mit Ton arbeiten. Oder aber er ging ins Zimmer über seinem Schreibstube und arbeitete an Zeichnungen, Aquarellen. Als Junge war er bei der Hitlerjugend. Eher ein Mitläufer. Doch die spätere Scham darüber war Motor für sein Mahnen und Einmischen. Günter Grass war davon überzeugt, dass auch ein Schriftsteller als Bürger aktiv sein sollte. Das ist einfach eine Frage der staatsbürgerlichen Verantwortung. Er engagierte sich für Willy Brandt. Bei aller Freundschaft warte er dennoch Distanz. Es gibt keine SPD, die ich zu 100% bejahe. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wünsche mir keine Partei, die ich zu 100% bejahen muss. Beim Häuten der Zwiebel. Darin bekennt er spät, vielen zu spät. Seine, wie er sagt, Zwangsmitgliedschaft in der SS. Er hat diesen einen Miniaturteil nicht gesagt, aber alles andere hat er erzählt. Und es war vergraben. Und wenn es vergraben ist, dann greift man es irgendwann selber aus. Und so hat er es ja getan. Seine späten Werke entstanden hier, in Behlendorf bei Lübeck. Günter Grass war eigentlich ein sehr geerdeter Mensch. Und ich glaube, dass viele Leute, die ihn nur aus der Beschreibung, mit den Medien kannten, ihn nicht richtig wahrgenommen haben. Er war ein sehr geerdeter Mensch im Umgang mit anderen. Er war einer, der gerne kochte, der gerne mit Freunden zusammen war, der gerne Skat spielte. Bereits zu Lebzeiten wurde er in den Olymp der Literaturgrößen erhoben. 1999 erhielt er den Nobelpreis. Ich möchte die wärmsten Glückwünsche der schwedischen Akademie ausbrechen, wenn ich Sie jetzt auffordere, den Nobelpreis für Literatur aus der Hand seinem Mastete des Königs entgegenzunehmen. Der Nobelpreis ist für ihn etwas sehr, sehr Wichtiges gewesen und er hat ihn ja auch verdient. Denn er ist der deutsche Autor, der wie kein anderer in den letzten 50, 60 Jahren die Weltliteratur beeinflusst hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017